Jo, Bugis, wir haben uns heute mal dem Thema Adlips, also das Hinzufügen von Schrittbestandteilen, kleinen Schrittteilchen, gewidmet. Am besten mal am Beispiel. Wir haben einen Platzwechsel. So, und jetzt kommt hier eine Ergänzung. Und irgendeinen Ausgang. Also, was habe ich gemacht? Ich habe die Dame auf die Seine geführt, habe mich schön in Position gestellt, habe das Rückfuhr noch tanzen lassen. Sie will nach vorne kommen, aber da stoppe ich sie, sehr früh, sodass nur der Fuß aufsetzt, ohne dass sie einen Wechselschritt machen kann, weil sie sofort wieder nach hinten geschoben wird. Und dann auch gleich wieder gezogen. Ziehen, brenzen. Ziehen, brenzen. Und irgendwann mache ich eine Ausleitung. Also nochmal schließend. Und vorwärts, schließend, 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 und vorwärts, schließend, 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 und vorwärts, schließend, 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 schließend. Vielen Dank.